Das Freizeitbad Galaxy kann neben Badespaß und Wellness sowie Kosmetikangeboten nun auch mit physiotherapeutischen Behandlungen aufwarten. Heute wurde der neue Bereich Galaxy Vital vorgestellt. Erwachsene und Kinder können ab sofort mit einem vom Arzt ausgestellten Rezept ins Freizeitbad kommen und werden dann gezielt beim Heilungsprozess unterstützt. Um das Angebot im Freizeitbad um diesen neuen Bereich zu erweitern, gab es einige Vorbereitungen zu treffen. Diese konnten während der Corona-bedingten Schließung durchgeführt werden. Ein Bereichskonzept wurde aufgestellt, die Räumlichkeiten wurden umgestaltet und erfahrene Mitarbeiter eingestellt, die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen. Esther Elbinger ist eine davon. Die Physiotherapeutin leitet den neuen Bereich Galaxy Vital und schätzt vor allem die Vorzüge des Standorts. Wir haben ja bereits schon einen großen Wellnessbereich gehabt. Wir haben auch viele Fitnesskurse hier schon durchgeführt. Dadurch waren auch immer viele Anfragen, ob wir auch Therapien anbieten können auf Rezept. Das hat uns leider Gottes einfach bisher noch gefehlt. Dadurch mussten wir jetzt auch ein paar Dinge umbauen, ändern. Es gibt viele Voraussetzungen dafür. Und jetzt haben wir das natürlich geschafft, dass wir unsere großen Angebote schon ergänzen können. Ein besonderes Merkmal ist natürlich bei uns die Krankengymnastik im Wasser. Wir haben ein wunderbar großes Therapiebecken, wo wir viele Patienten mit ins Wasser nehmen können. Unsere Therapeuten gehen auch gerne mit in das Wasser rein, wenn das benötigt wird. Und das ist natürlich ein wunderbares Merkmal auch für unser Bad hier. Neben der allgemeinen Krankengymnastik und klassischen physiotherapeutischen Behandlungen können im Galaxy noch weitere Leistungen in Anspruch genommen werden. Zum Behandlungsangebot zählen auch manuelle Therapie, Lymphdrainage, Wirbelsäulenbehandlung sowie Wärme- und Kältetherapie. Wer ab jetzt auf Rezept ins Freizeitbad geht, sollte zuvor telefonisch einen Termin vereinbaren. Geöffnet ist der neue Bereich Galaxy Vital montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.